Hallo ihr Lieben, ich bin hier mit Herrn Jörg Müller und he is the Ballchef von der Deutschen Sport Presseball. Hallo Herr Müller. Hallo Gaglia. Wir wollen wissen, was erwartet uns eigentlich am 4. November, weil der ganzen Stadt redet darüber und ich bin neugierig. Sie sind neugierig, wir sind alle neugierig. Also wir haben ein sensationelles Programm. Das Motto heißt hier Tanz Deutschland. Wir starten also mit einer großen Tanzshow und Mozi Mabuse. Oh die Mozi ist auch da, selbstverständlich. Und sie wird auch tanzen mit ihrem Mann. Sie bildet das Finale der Elfenkshow. Dann haben wir Preisverleihungen, wie zum Beispiel eine Legende des Sports, Sportler mit Herz. Wir haben ein tolles Candlelight Dinner und wir haben natürlich auf der ganzen alten Oper haben wir zwölf internationale Showbands. Die Stimmung machen, zum Tanzen einladen, es gibt Aktionsstände und was ganz ganz wichtig ist, es gibt alle Getränke inklusive. Alle Getränke? Auch Champagner. Auch Champagner? Auch Champagner. Alle Getränke inklusive, wie cool ist das denn? Auch Cocktails, Longdrinks, Kaffee. Wir haben sogar, weil wir ja in Frankfurt sind, einen eigenen Apple-Boy-Stand. Einen Apple-Boy-Stand, cool. So dass die Gäste eigentlich nur Geld brauchen, wenn sie sich was zu essen kaufen oder wenn sie Tombola-Lose kaufen. Das kann ich sehr ans Herz legen, weil man damit einen wirklich guten Zweck unterstützt und einen von 50 fantastischen Preisen bekommen kann. Es gibt Preise, die man so nicht kaufen kann, aber es gibt natürlich auch Traumreisen. Also es gibt eine Kreuzfahrt auf dem weltbesten Kreuzfahrtschiff der NS Europa 2. Cool, wohin? Zu den Maladien. Oh, sehr schön. Also sehr stark. Es gibt ein Auto zu gewinnen. Was für ein Auto? Ein Golf GTE, also mit Elektroantrieb. Mit Elektro? Mit Elektroantrieb im Wert von 42.000 Euro. Sehr schön. Es gibt natürlich eine wunderbare Reise nach Kanada. Nach Kanada. Deine Heimat. Deine Heimat. Deine Heimat. Das finde ich sehr sympathisch. Und zwar eine Skireise nach Kanada, was sehr außergewöhnlich ist. Es sind neun Tage, aber auch andere Traumreisen. Hier haben wir auch Schmuck. Schmuck, hochwertigen Schmuck. Elektrogeräte von Samsung, riesige Fernseher. Und eben auch noch so ein paar Preise, die man so nicht kaufen kann. Also zum Beispiel eine Schauspieler-Gastrolle in der Krimiserie der Alten. Nein. Ja. Wie cool ist das denn? Das kann man wirklich nicht kaufen. Sehr besonders. Ja. Und der Rest steht auf unserer Homepage deutscher-sportpresseball.de. Sehr schön. Ja. Und wir sind auch sehr neugierig. Was ist das Programm für diesen Abend? Ja, also wir haben ein absolutes Highlight natürlich auch darin, dass Eintracht Frankfurt, unser toller Club hier, Eintracht Frankfurt, die neuen Markenbotschafter auf dem Sportpresseball vorstellt. Okay. Das sind also alles ehemalige Eintracht-Spieler. Das sind Legenden. Die werden vorgestellt auf dem Sportpresseball. Und dann haben wir natürlich noch... Eine Frage. Diese Schal ist so toll. Ich glaube, wir wollen alle diese Schal haben. Dann müsst ihr jetzt zum Sportpresseball kommen, weil die gibt es nur für Gäste des Sportpresseball. Also alle Gäste bekommen einen Schal? Alle Gäste bekommen diesen Schal. Geil. Super. Okay. Sehr schön. Und dann folgt natürlich so gegen 23.30 Uhr das musikalische Highlight. Und was ist das? Welser. Welser. Ein Welser. Wer? Anastasia. Anastasia. Wie cool. Mit all ihren großen Hits wird sie präsentieren und wird dann den großen Saal nochmal zukommen. Sehr schön. Toll. Ich freue mich. Ich bringe meine Dancing Shoes. Ja. Tu das. Am besten zwei Paar. Definitiv. Und noch Flip-Flops dazu. Ja. Ich bin sehr neugierig und sie bestimmt auch. Wer ist dieses Jahr unser Legende des Sports? Ja. Im letzten Jahr war es Jogi Löw, der Bundestrainer. Ja. Dafür, dass er Weltmeister geworden ist mit seinem Team. Und in diesem Jahr sind wir mal von der Sportart her nur ganz anders hingegangen. Oh, okay. Ja. Wir haben gesagt, wir hatten so oft Fußball, Tennis, Formel 1 im Rampenlitz. Und dieses Jahr zeichnen wir einen Sportler aus, der seine Sportart geprägt hat wie kein anderer Mensch. Wow, okay. Und zwar vor allem dadurch, dass er auf bestimmte Dinge verzichtet hat. Okay. Die Legende des Sports in diesem Jahr heißt Reinhold Messner, der Bergsteiger aus dem europäischen Raum, der als erster den Mount Everest ohne Sauerstoffflaschen erklommen hat, der alle anderen Achttausender auch erstiegen hat ohne Sauerstoffflasche, der durch die Wüste Gobi gelaufen ist und, und, und. Also eine wirklich tolle Persönlichkeit und er hat auch viel zu sagen und zu berichten. Und darauf freuen wir uns. Wow, ich freue mich auch. Und werden wir ihn dort persönlich kennenlernen? Selbstverständlich. Cool. Er hat uns schon seine Zusage geschickt. Sehr schön. Und so gegen 23 Uhr wird dann ein toller Film kommen über ihn und dann haben wir ihn live auf der Bühne. Ich freue mich schon sehr. Und jetzt die letzte und wichtigste Frage. Bekommen wir eigentlich noch Tickets? Ja, ein paar gibt es noch, aber nicht mehr viele. Oh, okay. Ja, also wir haben noch ein paar Flamierkarten, wir haben noch ein paar Dinnerkarten im Rang und auch noch ein paar unten im Saal. Aber erwartungsgemäß, jetzt nach der Pressekonferenz, sind die relativ schnell weg. Das heißt, wer dorthin möchte, wer auf den deutschen Sportpressball kommen möchte am 4. November in die alte Oper Frankfurt, der sollte sich jetzt beeilen. Alle Infos gibt es unter deutscher-sportpresseball.de und Karten gibt es zwischen 230 Euro und 950 Euro. Okay, ihr Lieben, Sie haben gehört. First come, first serve basis. That's right. Ich freue mich schon sehr auf den 4. November, deutsche Sportpresseball. Ich bedanke mich, Herr Müller. Danke auch. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Und wir werden alle zusammen tanzen mit Mozi. Und der Eintracht. Und der Eintracht. Tschüss. Schönen Tag.